Da haben wir sie! Golden Fingers! Auf gehts! Geht eben! Oh, was geht ab, Bro? Grüß dich! Komm schon! Komm schon, Odin! Mach was! Pump doch den Multi gleich hoch! Hopp! Noch ist nicht zu spät! Geil! Kam was halt! Ah, nur Wanted! Haben wir ein Tausender mitgenommen! Das war, dass es erwähnenswert ansonsten nichts Großartiges passiert, ey! Wieso, bald, ja! Die Platze will alle dünne! das war dasincarniert! Die Platze ist so zack... Wala, aber... Multi noch mal hoch auf X6! mach doch weiter mann und nochmal hoch auf x8 in einem spin leute das hab ich auch noch nie erlebt geil also in einer runde im ersten spin und ein re-spin noch einmal geil jetzt muss er nur noch kennekte mato kenne scheiße ich zehne mal die aber kennektions was sollen das ich zehne mal die leute ich kann es dann klar aber ja und dann machte er doch ihnen herum rügt doch die kaffee ich habe gedacht ich habe ausgesorgt für die nächste fünf generationen hallo vater jaja 700 euro bezahlt ist auch ok